alle leute so ich sitze noch in der hütte im garten und habe hier led teil hier mit seinem das hatte ich mal bei mir im auto dran als bremsleuchte dritte bremsleuchte moment mal ganz gut ein bisschen wackelig sein so eben also er macht ja so bewegungen das seht ihr das hier gar nicht so hell ist hier aber er funktioniert sehr gut so können wir mal also mit d schaltet man es aus wieder ein genau so ist es ist wie beim nightrider also es gibt so viele möglichkeiten man kann es auch stehen lassen dass man nur bremslicht hatten alles nun dran ja dann hat er so kasten hier also ich brauche es nicht mehr vielleicht ist jedoch da ein anderer abonnent von mir wo interesse zeigt und sagt ja gut mag ich gern haben also ich muss mir sagen ist es tolle material auch wasserdicht super und einfach melden wenn sich bis dahin keiner meldet habe ich es vor wahrscheinlich zu verschenken vielleicht an einem abonnenten der wo nachdem mein kanal jetzt halt mal die ersten 100 abonnenten hat dann verschenke ich halt sowas und ich habe das auch in zukunft immer vor jedes mal wenn ich einen schritt geschafft habe dass ich dann auch mal meine abonnenten belohnen so wie die abonnenten mich halt belohnen und ja das wäre was schönes wollte ich euch mal kurz noch mal zeigen auf so einem kurzen video ja hier ist der meister der ernie hat sich was gefressen jetzt liegt er hier jetzt kommen wir zurück zu unserer sache schreibt es einfach in die kommentare spiele es ist und so weiter hier kann ich jetzt sagen ja dann wohl einen schönen tag noch wir sehen uns tschüss schreibt hier schreibt es einfach mal hätte schreibt es einfach in die kommentare spiele Tanz